Ich habe eine Fehlstellung der Hände und Füße und ich habe es in der Kindheit des Öfteren natürlich gehört, dass man verschiedene Sachen ganz einfach aufgrund des Handicaps nicht machen kann. Okay, das wurde dir auch gesagt? Genau, das wurde mir halt offen auch immer gesagt. Na, das geht nicht, das kannst du nicht machen, das funktioniert nicht. Den Großglockner, den habe ich schon länger in Planung. Es ist aber natürlich alpines Gelände und somit auch um einiges schwieriger, diese Sachen umzusetzen. Also scheitern ist auf jeden Fall möglich. Was empfindest du da schwieriger, die Barrieren im eigenen Kopf zu überwinden oder die Barrieren in den Köpfen anderer Menschen zu überwinden? Eigentlich ein Vorbild ist die Laura Dahlmeier, die ist mehrfacher Biathlon-Weltmeisterschaft. Und dann habe ich sie angesprochen, habe halt gefragt, hast du Lust, eventuell mit mir so eine Tour zu machen? War sie gleich offen dafür? Herzlich willkommen im Bergpull-Podcast. Mein Name ist Teresa und bevor wir mit dieser Folge starten, möchte ich dich noch um einen kleinen Gefallen bitten. Wenn dir dieser Podcast, die Gespräche mit unseren Gästen und die Inhalte gefallen, dann werde jetzt Teil der Bergpull-Community, indem du unseren Kanal abonnierst. Im Gegenzug tun wir alles dafür, um diesen Podcast für dich, für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer weiterzuentwickeln und interessanter und abwechslungsreicher zu gestalten. Vielen Dank, dass du hier bist. Herzlich willkommen Marcel Richter. Du bist Paraclimber und wir wollen über Klettern als inklusive Sportart sprechen. Hallo, morgen. Um jetzt direkt ins Thema einzusteigen, starten wir mit dem ersten Foto. Man sieht dich bei deinem letzten großen Projekt, das du dir verwirklicht hast. Also mir geht es immer so, wenn ich persönliche Projekte oder Träume verwirkliche, dann hilft mir das total, auch Vorbilder zu haben oder mir zu denken, wie hätten Vorbilder das bewerkstelligt. Und du hast mir im Vorgespräch auch erzählt, dass es dir sehr wichtig ist, ein Vorbild zu sein. Warum ist dir das so wichtig und gab es einen speziellen Moment, in dem dir das so bewusst geworden ist, dass du für andere Menschen ein Vorbild sein möchtest? Also für mich war es am Anfang erstmal eine Selbstfindung, erstmal zu schauen, was kann man mit dem Handicap ganz einfach erstmal machen. Ich habe viele auf meinem Weg kennengelernt, die mir immer mit offenen Armen und Augen natürlich entgegengekommen sind und verschiedene Sachen haben auszuprobieren lassen. Ich bin zum Beispiel in Chemnitz, habe ich in der Kletterhalle mit einem Physiotherapeuten so 2015 Kontakt gehabt und mit dem Hintergedanken erstmal zu schauen, was kann man mit den Händen ganz einfach machen. Ich habe eine Fehlstellung der Hände und Füße und wollte erstmal gucken, dass ich meinen Alltag meistern kann. Und in diesem Zusammenhang hat er mir halt verschiedene Übungen ganz einfach auch gezeigt, wie ich beim Klettern und beim Slacklining Kraft aufbauen konnte. Dann darüber, wie gesagt, bin ich ja nach Tirol gekommen und habe dann zum Beispiel die Birgit kennengelernt, die Sportkletterlehrerin ist und mir ganz einfach da auch eine ganz andere Sichtweise aufs Klettern gegeben hat. Und dann ging das weiter, dass man verschiedene Leute kennengelernt hat, die einen ganz einfach auf den Weg mitgenommen haben, verschiedene Materialien auch gezeigt haben, was man ganz einfach anders anpassen musste. Und dann ist mir natürlich auch, wenn man das über die lange Zeit gemacht hat, bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich sagen kann, okay, ich möchte jetzt auch was den anderen mitgeben. Also ich möchte ganz einfach auch sagen, dass man mit einem Handicap ganz einfach ganz cool auch Sachen ausprobieren kann, dass man eine Vorbildfunktion hat, dass man sagen kann, es geht alles. Man muss es nur ausprobieren. Also das heißt, du bist quasi nicht so wirklich über ein Vorbild auch zum Klettern gekommen, sondern dein Ansatz war eben über das therapeutische Klettern, bist du dann zum Sportklettern gekommen und hast so diesen Weg für dich entdeckt auch. Aber hast du auch selber Vorbilder? Also Vorbilder, ein Vorbild, mit dem ich zum Beispiel diese Großglocknatur gemacht habe, ist die Laura Dahlmeier, die ist mehrfache Biathlon-Bildmeisterschaft. Und man hat sie natürlich in den letzten Jahren, wo sie aktiv Leistungssport betrieben hat, immer verfolgt und hat sie zum Beispiel dann auch kennengelernt über die Kletterhalle, wo ich selber arbeite, weil sie da natürlich auch selber ihr Training mitgemacht hat. Und dann hat man erfahren, dass sie halt Bergführerin die Ausbildung gemacht hat. Und dann habe ich sie angesprochen, habe halt gefragt, hast du Lust eventuell mit mir so eine Tour zu machen? War sie gleich offen dafür? Sie hat sofort ja gesagt. Cool. In welchen Momenten hilft dir das denn, selber Vorbilder zu haben? Also mir hilft es in dem Punkt, dass man halt sieht, andere schaffen was. Und wenn man halt wirklich an der Sache dran bleibt, dann kann man auch was erreichen. Also dann kann man, also scheitern ist auf jeden Fall möglich. Aber wie gesagt, besser ist es, wenn man halt wirklich versucht, dass man mit dem Gedanken rangeht, ich kann das auch schaffen. Sehr gut, das Stichwort. Da gehen wir jetzt direkt über zu den nächsten beiden Momentaufnahmen. Also wir haben gerade darüber gesprochen, dass du Sport kletterst. Du machst aber auch Skitouren und gehst Slack lernen. Also du bist sehr sportlich aktiv. Springen wir mal zehn Jahre zurück, bevor du mit dem Klettern angefangen hast. Wie hast du damals über dich selber gedacht? Ja, wo ich, also ich habe als Kind relativ wenig Sport gemacht. Also ich komme vom Land und wir hatten... Ich auch. Wir hatten halt so Inline-Skates, mit denen man fahren ist. Wir haben Fahrradfahren gehabt. Das waren so die ersten Momente, wo man überhaupt erstmal mit Sport konfrontiert wurde. Ich habe es in der Kindheit des Öfteren natürlich gehört, dass man verschiedene Sachen ganz einfach aufgrund des Handicaps nicht machen kann. Okay, das wurde dir auch gesagt. Genau, das wurde mir halt offen auch immer gesagt. Na, das geht nicht. Das kannst du nicht machen. Das funktioniert nicht. Und ja, mit dem man halt älter wird, ist es dann so gewesen, dass man halt verschiedene Sachen ausprobiert hat. Und aktiv zu den Vereinen hingegangen ist. Und dann auch natürlich gesehen hat, ja, es funktioniert. Oder, na, lassen wir lieber. Und aber würdest du sagen, dass deine eigene Motivation da damals sehr, sehr wichtig war? Ja, also die Eigenmotivation. Also man muss wirklich, ich habe mir mal was rausgesucht, was ich probieren wollte. Bin dann halt zu den Vereinen hingegangen und habe halt gesagt, okay, das würde ich gerne mal testen. Und bei den meisten ist es tatsächlich auch so gewesen, dass man es dann testen durfte. Und dann, ja, ging das so leicht dahin. Und dann hat man halt wirklich gemerkt, ja, es macht mir Spaß oder ich lasse es dann lieber. Um an der Stelle jetzt einen kurzen Exkurs zu machen, was würdest du dir denn da von Vereinen oder Kletterhallen auch wünschen in der Hinsicht? Also ich würde mir halt in dem Punkt, ja, gerade bei Vereinen auch wünschen, dass die Offenheit mehr da ist. Dass man halt wirklich mehr versucht, Leuten, die ein Handicap haben, dass man sie mehr ausprobieren lässt. Dass man halt nicht gleich von vornherein sagt, na, das funktioniert nicht, sondern dass man halt wirklich offen an die Sache rangeht. Im Bereich Klettern natürlich, dass man mehr auch mit Physiotherapeuten, mit Ärzten zusammenarbeitet und schaut, ist es für den Körper sinnvoll oder sollte man es lieber lassen? Und speziell jetzt bei Kletterhallen, kannst du da? Bei Kletterhallen, dass man halt, also es gibt, ich wohne ja in Tirol und es gibt in Österreich diese Kletterei, nennt sich Inklettern, wo man in verschiedene Hallen geht und dann an gewissen Tagen den Leuten, die ein Handicap haben, ganz einfach die Möglichkeit gibt, dass sie es mal ausprobieren können. Dann sind meistens auch, wie gesagt, entweder ausgebildete Trainer oder Physiotherapeuten mit anwesend, die sich das mit angucken kann, wo man Fragen stellen kann und darüber dann auch seinen Weg finden kann. Das waren auch meine Einstiegsmöglichkeiten ins Klettern mit Handicap aktiv. Ich habe 2015 im Dezember hatte ich so eine Inkletterveranstaltung mitgemacht, wo ich ganz einfach auch, wie gesagt, selber mich austesten konnte, außerhalb von der Physiotherapie. Und dann auch darüber den Einstieg geschafft habe, dass man aktiv ins Klettertraining einsteigt. Genau, jetzt sehen wir dich hier beim Klettern. Also dein Gurtsystem sieht schon mal ein bisschen anders aus. Vielleicht kannst du kurz erklären, was so die Besonderheiten bei dem Equipment sind, das du benötigst. Also ich habe einen Brustgurt zum Klettern. Bei mir ist der Körperschwerpunkt ungefähr gleichzusetzen mit einem Kind, was so um die acht, neun Jahre eventuell ist. Und die Gefahr, wenn ich jetzt zum Beispiel im Überhang klettere oder eine schwere Route klettere, wo ich jetzt nicht hundertprozentig weiß, wenn ich stürze, wie ich falle, dann ist es für mich immer noch eine mentale Sicherheit und mehr aber auch eine körperliche Sicherheit, dass ich den Brustgurt mit verwende, dass ich halt, wenn ich falle, wirklich auch gerade falle und nicht eventuell mit dem Kopf nach unten schaue. Du hast uns ja auch deine Kletterschuhe mitgebracht. Ja. Wollen wir die kurz zeigen? Geht's? So, also Kletterschuhe sind bei mir natürlich immer sehr speziell, weil A, habe ich zwei unterschiedlich große Füße und B ist natürlich, ich habe jetzt Klettern im Wettkampf gemacht und Kletterschuhe im Performance-Bereich zu finden, ist eine ziemliche Klinik. Und es gab lange Zeit auf dem Markt, klar, Kletterschuhe im Kinderbereich, die waren aber, ja, für einen Erwachsenen eher schwierig aufgebaut. Also sie waren so weich, dass man natürlich schlecht eine Kraftübertragung auf die dritte bekommen hat. Und Skapa hat eine Kinderreihe zum Beispiel rausgebracht, den Drago Kit. Und der ist, wie man schon sieht, natürlich auch dem normalen Drago ziemlich nachempfunden und auch sehr gut umgesetzt. Und mit dem konnte ich dann im Kletterbereich bei schweren Routen ganz einfach auch einiges mehr machen, als vorher mit umgebauten Schuhen. Jetzt haben wir vorher schon kurz gesagt oder sind wir darauf eingegangen, was du dir von Kletterhallen oder Vereinen wünschen würdest. Wenn wir jetzt über das Material sprechen, was wünschst du dir da von Herstellern in Bezug auf mehr Inklusion? Mit den Herstellern, das ist halt, ist immer eine schwierige Geschichte, weil es ist individuell. Der eine hat jetzt nur ein Bein, der andere, ja, hat nur ein Stück vom Fuß. Also wir haben einen Italiener, der zum Beispiel, dem fehlen die Zehen vorne. Und solche Schuhe zu bauen für Leute mit einem Handicap ist immer schwierig. Also es gibt natürlich, dass man jetzt orthopädische Schuhmacher zum Beispiel nimmt und die dann ganz einfach auch darauf anspricht und fragt, was kannst du mir eigentlich in dem Bereich bauen? Also da ist es von den Herstellern, dass der Hersteller halt einen Schuh für den Athleten zur Verfügung stellt und dass derjenige sich dann die Möglichkeit hat, diesen Schuh mithilfe des Orthopäden ganz einfach auch umzubauen. Weil nicht jede Firma hat natürlich die Möglichkeit, einen orthopädischen Schuhmacher mit in seinem Kollegenkreis zu haben und dann dementsprechend da was zu entwickeln. Ja, aber du hast einen Schuhmacher, der dir hilft dabei, dein Equipment anzupassen. Also ich habe zwei in Tirol, einen in Innsbruck und einen in Reute, die in den letzten Jahren da viel am Basteln waren. Also bevor es den Schuh jetzt von Skapa gab, musste viel gebastelt werden. Macht dir das auch Spaß, da Sachen zu entwickeln, die dann für dich passend sind? Ja, also jede Aktion, die man macht, stirbt halt wirklich mit der Ausrüstung. Also wenn man die Ausrüstung gut angepasst hat, dann sind viele Sachen ganz einfach umsetzbar. Wenn die Ausrüstung nicht stimmt, dann ist so eine Aktion auch schnell beendet. Das hat auch ein großes Sicherheitsrisiko, oder? Ja. Hattest du da schon mal eine negative Erfahrung? Ja, 2019 habe ich mir Schienenwadenbein gebrochen, weil es gab in dem Bereich, ich habe da die ersten Versuche im Skitourenbereich gemacht und habe da halt Material ausprobiert. Also Skitourenmaterial im Kinderbereich gibt es in dem Sinne schon relativ lange. Aber es ist halt, dass man, also man hat so einen Bindungseinsatz, den man in seine Alpinski reinklicken kann. Oder es gibt so Rahmenbindungen, wo man den Schuh auch reinmachen kann. Das ist für Kinder sehr gut ausgelegt. Wenn man aber etwas größer, etwas schwerer ist, wird es schwierig. Weil dann funktioniert das meistens nicht mehr oder nur eingeschränkt. Und was ist dann passiert? Ja, de facto bin ich im Stehen umgefallen, aber nicht auf der Waagerechten, sondern es ging schon relativ steil nach oben. Und mir ist halt eine Rahmenbindung von oben nach unten durchgebrochen. Und bei mir hat im Endeffekt der Ski nach oben geschaut und ich nach unten. Okay, aber das hat dich dann nicht entmutigt und du bist trotzdem wieder aufgestanden? Also in dem Fall nicht, aber später dann wieder weitergemacht, Sport zu machen. Also nachdem der Heilungsprozess dann wirklich durch war und man endlich wieder Sport machen konnte, war natürlich mein Ansporn gewesen, dass ich jetzt ganz einfach schaue, dass man die Ausrüstung so anpassen kann, dass es beim nächsten Mal nicht zu sowas kommt. Jetzt würde ich gerne noch, abgesehen von der Ausrüstung, auf ein Thema eingehen, das mehr so mit der Selbstwahrnehmung zu tun hat. Wie hat sich dein Klettern so auf dich und deine Selbstwahrnehmung ausgewirkt? Also Klettern hat sich darauf eigentlich ausgewirkt, dass ich am Anfang natürlich auch viel am Zweifeln war, ob die Sachen, die man macht, ob das wirklich der richtige Weg ist oder ob man halt wirklich sagt, geht man auf das, was andere sagen, das geht nicht, darauf ein? Oder sagt man halt wirklich, okay, ich probiere jetzt was, wenn es nicht funktioniert, dann muss ich selber auch schauen, ob es eventuell eine Möglichkeit gibt, dass ich mit Eigeninitiative, mit selber basteln schaue, dass ich eventuell einen Weg finde, dass ich was umsetzen kann. Also ich habe momentan ein Projekt auf der Highline, wo ich zum Beispiel am Anfang versucht habe, erst mal an einem Seil aufzusteigen. An einem Seil aufsteigen mit den Händen ist relativ schwer möglich. Und da habe ich mir auch von Freunden Material besorgt und habe erst mal geguckt, was habe ich denn für Möglichkeiten, so aufzusteigen, dass es leicht ist und dass es für mich auch selber umsetzbar ist. Es sind viele Nächte, wo man drüber gekrübelt hat und geschaut hat, wie mache ich das jetzt am dümmsten? Und dann ist mir immer wieder was Neues eingefallen, was ich dann probieren wollte. Und so ging der ganze Spaß eigentlich dann immer weiter. So kommst du von einem ins Nächste. Aber auf einer Highline zu stehen, das ist ja schon, also da muss man ja erst mal hochkommen. Genau, also jetzt sind wir gerade mal beim Hochkommen. Dass wir erst mal versuchen, dass wir am Seil sicher aufsteigen können, dann den Aufschwung schaffen auf die Highline und dann erst mal drauf sitzen können. Also ich habe teilweise eine ziemliche Höhenangst und so wird das natürlich die ganze Geschichte noch mal interessanter. Also du musst A, das ausblenden und B, du musst aber auch Material und Kraft dafür haben, dass du, wie gesagt, da sicher hochkommst und dich dann auch da sicher drauf halten kannst. Und danach können wir dann mal drüber reden, dass wir eventuell auf der Line laufen. Aber es ist ja auch motivierend, auf so ein Ziel hinzuarbeiten. Ja, also das ist für mich eine sehr große Motivation, wie auch, wie gesagt, im Kletterbereich oder auf den Touren, die ich am Berg zum Beispiel mache. Wie war das denn damals, also du bist ja dann auch, warst im Paraclimbing-Team oder bist im Paraclimbing-Team. Wie hat das denn dein Leben nochmal verändert, als du dann auch Wettkämpfe geklettert bist? Also das hat in dem Punkt viel gemacht, weil man natürlich mit anderen, die ein Handicap haben, auch zusammengekommen ist und dann auch eine Möglichkeit hatte, sich mit denen auszutauschen, wie sie das ganz einfach machen und sich auch in irgendeiner Form natürlich auch ein bisschen mit denen zu messen. Also bei mir ist das größte Problem beim Klettern natürlich die Größe. Ich bin jetzt nicht unbedingt gerade der Größte und habe damit natürlich auch relativ große Probleme, wenn Längenzüge in den Routen drin sind. Und da war es natürlich in der Community die Möglichkeit, dass man auch andere mit darauf ansprechen konnte oder auch schauen konnte, wie machen die denn das? Und dann auch selber für mich halt viel mitnehmen konnte. Aber auch so zu merken, ich bin mit meinen Problemen nicht alleine. Also es gibt auch noch andere. Was mir jetzt da bei der, also ich habe mich auf das Gespräch vorbereitet und mir ist irgendwie aufgefallen, dass in dieser ganzen Diskussion oft eben Menschen zu Wort kommen, die solche Kurse leiten, die aber vielleicht kein Handicap haben. und ich wollte mal wissen, wie dein Eindruck da ist. Also wer, was würdest du dir in der Diskussion noch wünschen? In der Diskussion würde ich mir eigentlich gerne wünschen, dass das Ganze auch ein bisschen offener wird. Und dass, ja, dass man, wie gesagt, dass es viel mehr Angebot auch in dem Bereich gibt, dass Menschen mit Handicap ganz einfach auch viel mehr die Möglichkeit bekommen, entweder in Kletterhallen oder in physiotherapeutischen Einrichtungen auf dieses Thema Klettern als Intuition mehr zu kommen, um diese Sachen herausprobieren zu können. Wir sind dich jetzt hier mit zwei wichtigen Wegbegleiterinnen. Vielleicht magst du kurz erzählen, wer da auf den Fotos zu sehen ist. Also auf der rechten Seite haben wir die Birgit. Die habe ich 2015 bei einem Alpentestival kennengelernt. Und sie hat mich auf das Thema Klettern mit Handicap ganz einfach angesprochen. Also sie konnte sich das damals nicht vorstellen, wie es natürlich ist, mit diesem Handicap zu klettern. Also das habe ich in der Vergangenheit natürlich des Öfteren gehört, dass Leute mich angesprochen haben und gefragt haben, wie machst du das? Also wie funktioniert denn das bei dir? Und sie hat mich dann zum Beispiel mal eingeladen in die Kletterhalle nach Erwald, dass sie sich das mal anschauen konnte. Dann hat sie mir den Tipp gegeben mit dem Inklettern, wo man, wie gesagt, schon dann die ersten Versuche wagen konnte. Und dann in der Folge auch einige Jahre im Klettersport ganz erst mal anfangen konnte. Und auf der linken Seite, die MEX, die habe ich bei einem Kletterbewerb in der Kletterhalle in Dornbirn kennengelernt. Und sie hat so eine Inkletterveranstaltung, also so eine Veranstaltung, wo es einen Kletterbewerb ganz einfach gegeben hat, mitkennengelernt. Und sie hat das Ganze mit organisiert. Und über die Jahre, also wir haben uns dann natürlich häufiger auch getroffen, sind zusammen klettern gegangen. Und sie hat mir in dem Punkt auch in den letzten Jahren viel geholfen bei dem Ganzen. Und meine Ansporn jetzt, also ich bin im K1-Kletterverein zum Beispiel und wir haben sowohl da auch Kinder, die kein Handicap haben und ein Handicap haben und geben auch denen natürlich die Möglichkeit, wenn ich jetzt damit dabei bin bei den Kursen, dass man auch sehen kann, dass die Kinder es halt mitbekommen, dass man trotz eines Handicaps ganz einfach auch solche Sachen ausprobieren kann. Dass es dieses No-Go nicht gibt, dass man es mit einem Handicap nicht kann klettern. Also, dass die Kinder auch ganz klar diese Barrieren im Kopf überwinden. Genau, genau. Was empfindest du da schwieriger, die Barrieren im eigenen Kopf zu überwinden oder die Barrieren in den Köpfen anderer Menschen zu überwinden? Eigentlich die in anderen zu überwinden. Weil klar, gerade bei Erwachsenen, die gehen schon eher auf dich zu und sagen, was machst du da eigentlich, was geht das? Bei Kindern ist es ganz anders. Kinder sind da voreingenommen. Also, sie gehen auf dich zu und fragen dich aktiv, was hast du? Und ja, kann ich das mal sehen? Und das ist, wenn man zum Beispiel in einem Kinderkurs mit dabei ist, tut man was vorklettern zum Beispiel und sieht dann auch in dem Kurs natürlich die Begeisterung der Kinder. Und das ist das, was halt auch schön ist, dass man sowas auch mit weitergeben kann. Also, du hast mir vorher auch erzählt, dass du es ganz wichtig findest, auch selber bei Kursen dabei zu sein. Warum findest du das so wichtig? Ich finde es in dem Punkt wichtig, dass, wie gesagt, die Kinder auch sehen, dass man trotz eines Handicaps solche Sachen ausprobieren kann und selber auch durchführen kann. Und für die Kinder ist es teilweise auch eine Motivation, dann zu sagen, okay, der kann das und heute geht es mir vielleicht nicht so gut, aber ich kann dann trotzdem noch klettern. Also, obwohl sie vielleicht ein Handicap haben und ihnen heute was wehtut, dass du sie dann auch motivierst, hey, ich gehe trotzdem an die Wand. Genau. Ja. Also, es geht quasi darum, einfach was zu machen und ohne so einen Leistungsgedanken auch. Genau. Ja. Jetzt haben wir hier ein Foto von einer Innenklettern-Veranstaltung, von der wir jetzt schon öfter gesprochen haben. Meine Frage dazu wäre, was heißt für dich Inklusion? Inklusion ist halt, dass man mit einem Handicap ganz einfach Wege finden kann, auch Sport zu machen. Aber nicht nur, dass jetzt Leute mit einem Handicap untereinander Sport machen, sondern dass man diesen Handicap-Gedanken eigentlich mit aus den Köpfen rausbekommt, sondern dass jeder zusammen Sport machen soll und dass der eine auch von dem anderen mit lernen kann. Deswegen sind bei den Inkletter-Veranstaltungen, klar, viele mit Handicap dabei, aber auch andere können da immer mitmachen. Und so kommt man natürlich auch mit den anderen ins Gespräch und so sieht man auch wieder ganz genau, dass man diesen, okay, der hat jetzt ein Handicap-Gedanken eigentlich ganz gut ausblenden kann. Weil im Endeffekt, es klettern alle und jeder auf seine Art und Weise. Der eine ist größer, der andere ist kleiner. Der eine hat ein Handicap, der andere nicht. Also auch, dass der Dialog darüber mehr gefordert wird. Genau. Gab es denn so einen Zeitpunkt in deinem Leben, an dem du gemerkt hast, ich habe jetzt eine Einschränkung, die andere vielleicht nicht haben? Und wie bist du dann damit umgegangen? Ja, in der Jugendzeit war es, wie gesagt, relativ schwierig, da Fuß zu fassen. Also mir ist halt viel entgegengekommen, dass man halt gesagt hat, na, das geht nicht, das mach was anderes. Und diesen Weg bin ich jetzt ganz froh, dass es da jetzt in den Köpfen auch vieles getan hat, dass da der Weg sich schon geöffnet hat, dass man halt wirklich zusammen auch Sput machen kann. Also da hat sich schon dann was getan, deiner Meinung nach. Ja, vielleicht wärst du ja sonst auch nicht auf dem Großglockner gestanden dieses Jahr. Erzähl mal kurz, wie die Tour langgegangen ist, wo ihr dann langgeklettert seid. Also davor zu sagen, ich nehme mir immer Projekte vor, die ich gerne umsetzen möchte, wo ich mir Leute raussuche, wo ich mir denke, mit denen komme ich ganz gut klar. Und sie können sich in meine Situation auch mit reinversetzen und können diese Aktionen auch sicher durchziehen. Und den Großglockner, den habe ich schon länger in Planung. Es ist aber natürlich alpines Gelände und somit auch, um einiges schwieriger, diese Sachen umzusetzen. Und wo wir da gestartet sind, also ich habe den auf zwei Tage aufgeteilt. Also wir sind einmal bis zur Stüdelhütte gelaufen, haben da Nacht übernachtet und sind dann vier Uhr noch früh gestartet. Bei der Vorbesprechung hat mir die Laura mitgeteilt, dass sie mit mir über den Stüdelgrad gehen möchte. Stüdelgrad hat für mich den Vorteil gehabt, dass ich es klettern konnte. Also es war jetzt nicht so extrem weit zum Laufen. Also wir sind über den Gletscher aufgestiegen und sind dann in den Fels rübergequert und sind eigentlich bis Mittag, den ganzen Vormittag am Fels geklettert. Das war für mich an dem Punkt leichter, weil ich mich im Gehen um einiges schwerer tue. Also A, konditionell und B, aber auch von der Schnelligkeit her. Also wenn ich jetzt das klettern kann, dann bist du am Seil und kletterst halt bis zur nächsten Möglichkeit, wo man dann tauscht, also wo der Partner halt weiterläuft. Und ja, wie gesagt, da ging die Tour für mich leichter, als wenn wir es wahrscheinlich über den Normalweg gemacht hätten. Und wie hast du dich auf die Tour vorbereitet? Also ich habe dieses Jahr mehrere IFSC-Kletterbewerbe geklettert und habe da im Kletterbereich sehr viel gemacht und konnte da natürlich bei kleinen Wandertouren bei uns im Talkessel rund um Erwald einiges an Konditionen auch mit aufbauen und natürlich in der Kletterhalle einige Klettermeter auch machen. Und das war eigentlich die Hauptvorbereitung. Und von daher hatte ich eigentlich gedacht, wenn ich jetzt die Wettkampfsaison durchgezogen habe, dass ich es dann wahrscheinlich dieses Jahr eher auch schaffe, solche Projekte umzusetzen. Jetzt sehen wir dich hier schon am Gipfel oben. Was war denn von der Idee auf den Gipfel bis zum Abstieg so die größte Herausforderung? Also du hast gerade schon angesprochen, dass das Laufen für dich problematischer war als das Klettern. Aber insgesamt betrachtet? Insgesamt betrachtet war es für mich natürlich das Neuland. Also wir haben bei den Klettertouren sowohl Stahlseile als auch Taue drin gehabt. Wir hatten Passagen drin, wo man auf einer Platte gelegen ist und ganz einfach einen Körperschwerpunkt verschieben musste. Oder wir haben größere Felsblocken gehabt, die ich versuchen musste irgendwie zu umklettern. Und das war eine ganz schöne Challenge. Und natürlich dann auch beim Abstieg der Weg über den Gletscher, der mit Steigeisen, wenn du noch nicht so häufig mit Steigeisen unterwegs gewesen bist, ziemlich schwierig gewesen ist. Das war ja auch schon eine Herausforderung, die Steigeisen überhaupt so anzubringen, oder? Ja, also wie gesagt, Material ist immer sehr interessant, weil man natürlich so in der Größe, wo ich es brauche, kein Material auf dem Markt findet. Also es muss angepasst werden. Und das ist natürlich bei solchen Unternehmungen, entweder es funktioniert oder es funktioniert nicht. Da hast du und die Laura wahrscheinlich auch getüftelt dann. Ja, die Laura hatte da mit mir ganz schön zu tun. Also weil, wie gesagt, diese Körbchensteigeisen, die sind, also damit kann man wirklich schon viel überbrücken. Aber es ist natürlich auch für denjenigen, der dann helfen muss beim Anziehen, eine Challenge, das so festzubekommen, dass das für beide nachher auch sicher ist. Was war so euer Fazit nach der Tour? Also von euch beiden? Gut gelaufen. Gut gelaufen. Habt ihr unterwegs auch Menschen getroffen, die dann gesagt haben, hey, cool, dass du das machst? Ja. Ja. Also es sind auch zwei, drei, mit denen ich jetzt noch Kontakt habe, die halt gemeint haben, Spitzenleistung, also die mich zum Beispiel unten auf der Hütte getroffen haben. Und dann von der, wo wir uns über die Tour ausgetauscht haben, natürlich gefragt haben, was wir da vorhaben und wie wir das machen wollen. Und im Nachttag echt sprachlos gewesen sind und gesagt haben, Respekt, dass du das probiert hast und noch größerer Respekt, dass du es geschafft hast. Also da ist auch wieder so offenes Interesse einfach da gewesen. Tut dir das gut, wenn da Leute so offen einfach interessiert sind? Also ich fand das Interesse echt cool, dass die Leute selber auf mich zugekommen sind und auch zum Beispiel an der Johannhütten, dass sie mir gesagt haben, Respekt, dass du das machst und weiter so. Und warum wolltest du unbedingt oben auf dem Grußglockner stehen? Also ich habe kleinere Sachen jetzt schon gemacht. Ich war letztes Jahr mit einer Bergschule auf der Zugspitze. Da bin ich mit der Bergschule aus Erwald auf die Zugspitze hochgewandert und habe da schon über den Stopselzieher Erfahrungen gemacht, wo es ins Alpinen natürlich ging. Dann ein paar Jahre davor, wo ich nach Arbeit gekommen bin, bin ich die Sonnenspitze mit einem Bekannten, der in der Bergrettung zum Beispiel mit anzutreffen ist, unterwegs gewesen und die Bergerfahrungen sind halt wirklich so für mich, wo ich sagen kann, du kommst in eine Region, wo du ganz einfach mal Grenzen verschieben kannst. Du kannst dich ausprobieren und es hilft dir mental extrem. Also wenn du eine Tour geschafft hast, wenn du erst mal eine Tour probiert hast und sagst, okay, du hast es jetzt erst mal probiert, ist es schon mental extrem. Und wenn du sie geschafft hast, natürlich noch viel mehr. Ja, wie geht es dir dann danach, wenn du sowas geschafft hast? Also wenn ich sowas geschafft habe, dann kann ich für mich sagen, ich habe es ausprobiert, es war genial und es hat funktioniert. Und es ist natürlich auch der Ansporn, dass man ganz einfach auch andere Sachen ausprobiert. Ich habe jetzt zum Beispiel für den Winter was geplant mit Skitouren gehen. Also auch für so einen höheren Berg, wo ich ganz einfach momentan an der Material bastle, an der Kondition bastle, um diese Sachen auch umzusetzen. Und ich möchte natürlich auch sehen, dass man, dass dieses Jahr auch noch oder Anfang nächsten Jahres dann, wenn es vom Schnee ein bisschen weniger ist, diese Sachen auch umsetzen kann. Da hast du mir quasi meine Frage vorweggenommen, weil wir sind hier beim Abstieg vom Großglockner und meine Frage war, auf welches Ziel du jetzt quasi zuläufst gerade. Also mein nächstes Ziel ist die Tiroler Wildspitze. Die habe ich auch schon länger in Planung. Und wie gesagt, da wird es schwieriger für mich, weil es wie gesagt lange über den Gletscher nach oben geht. Dann ein kleiner Kletterbereich dabei, das Kletterbereich in dem Punkt dann im Winter. und natürlich auch über den Gletscher dann wieder mit den Skiern nach unten geht. Und wenn man im Flachland groß geworden ist, ist das mit dem Schnee und Skifahren und Skitouren gehen nicht so weit her. Und von daher, wie gesagt, muss man da jetzt erstmal Kondition aufbauen, Übung reinbringen und dass die ganze Geschichte nachher auch irgendwo auch mit sicher ist. Okay. Also jetzt im Winter Skitouren gehen und im Sommer dann wieder Highlinen. Genau. Highlinen, klettern und... Zum Abschluss hier nochmal ein Foto von einer Innenkletterveranstaltung, um jetzt so das Gespräch auch abzurunden und nochmal so zum Anfang zurückzukommen. Was möchtest du als Vorbild allen Menschen, egal ob jetzt mit oder ohne Handicap, mit auf den Weg geben? Also ich möchte gerne den Leuten mit oder ohne Handicap auf den Weg geben, dass man erstmal verschiedene Sachen ausprobieren sollte. Und wenn man sich was in den Kopf setzt, dass an dem Ziel auch dranbleiben und das Ziel auch, wie gesagt, verfolgen. Vielen Dank, Marcel, für deine inspirierenden Einblicke und Impulse. Ich hoffe, ihr konntet alle ein bisschen was mitnehmen. Wir sind jetzt im Anschluss ans Gespräch noch kurz hier, falls es Fragen gibt aus dem Publikum. Genau. Vielen Dank. Danke auch. Vielen Dank.